... auswärts, in Jena im Jensigweg statt auswärts, in Leiner Richtung Waltershausen auf dem Magdeburger Ring an der Abfahrt Werner von Siemensring Richtung A14, in Plauen wird in der Martin-Luther-Straße statt auswärts geblitzt und in Schwabhausen in Richtung Wechmar. MDR Jump, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten. Haben Sie nach Staus oder Blitzer gesehen, rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 123 2340. MDR Jump, einfach besser informiert. Und hier ist das Wetter mit Nora Sanne. Ja, ab und zu sind noch dicke Wolken unterwegs, aus denen der ein oder andere Regentropfen fällt, aber ansonsten vermehrt aufgelockert. Aktuell meldet Halle 15 Grad, Stendal, Zwickau und Bautzen 14 und meinigen 12 Grad, ist also noch sehr, sehr mild. Heute Abend und Nacht bewölkt, ganz selten regnet es auch, es ist windig und immer noch mild bleibt es, 11 bis 7 Grad und die 3-Tage-Aussicht ist so lala. Morgen und am Freitag bewölkt, regnet immer mal wieder, selten zeigt sich nur die Sonne, aber auch wieder mild am Freitag, außerdem windig, am Samstag tagtüber wechselhaft, immer mal wieder Regen mit dabei, es wird kälter und stürmisch. MDR Jump, hier ist der meistgehörte Sender im Osten. Hier ist MDR Jump, am Nachmittag mit Nora Rockenberg und Nora Sanne. Herzlich Willkommen, bleiben Sie bei und gehen Sie nicht mehr weg vom Radio, jetzt scheppert es wieder im MDR Jump, im Herbst aber wirklich gewaltig. Ja, kostenlose Nummer zu uns im Studio gebe ich schon mal durch, so sicherheitshalber 0800 1232340. Jetzt geht's los! Los mit der Knolle! Ich bin der Knolle!